ja freunde herzlich willkommen zur nächsten tour ihr seht es ist schon ein bisschen dämmerung und es ist richtig richtig nice denn ich habe hier tolle sachen wieder mandarin cracker thunder string 500 auch wieder eine schöne knallkette funke china böller c funke china fountain also die talien von der fountain richtig schönes teil reckling bälle nur land auch habe ich hier zweimal die wrecking shot schöne raketen einmal die stream rocket 23 stage und aba salut rakete über land rauf bks 1 haben zweimal gedruckt geschossen schön panzer habe ich hier dann habe ich hier blue mobsters und feuerwerk auto da habe ich gerade vergessen wo man drauf wird zweimal geballert dann honey badger von funke dann haben wir hier noch einen alten katan super 2 einen schönen von pyro union ist der glaube ich schwarzpulver und wieder ein schöner flinder von pyroland und lässt die mama mia auch schönes buch und dann haben wir hier zum schluss die turbo tanker 109 also 100 schuss hier wird sehr doppelt geschossen also 200 schuss in 9 sekunden das wird richtig richtig krass das sagen und dann haben wir hier die für land hass eine richtig krasse fife batterie und hier richtig schöne klassiker panda muss auch immer wieder dabei sind also kann da crash so dann hier blumen ist auto die no limits fontäne dann haben wir hier noch die silbercracker fontäne von funke und ich würde sagen fangen wir an mit böllern fangen an mit feier event b böllern die sind richtig gut also was ist das denn tolle neuheit so jetzt haben wir hier funke c und funke d jetzt machen wir mal hier einen schönen knallfroschböller also pyro union trick truck so das geht fröhlich weiter und zwar jetzt hier noch dumm boom black edition und mal hier so einen alten katan einen kleinen schönen vergleich machen und jetzt katan super 2 so jetzt machen wir mal pyroland flinder sondern ist so ein troeno knaller und den funke honey badger honey badger heißt übersetzt honigdachs klingt so niedlich aber scheppert ordentlich der war mal richtig gut und jetzt der honey badger jetzt würde ich sagen bringen wir mal hier ein bisschen farbe bisschen leuchtzeugs rein und zwar die titanium thunder fountain so machen wir mal weiter hier haben wir zum beispiel die ich bin immer wieder überrascht wie gut diese bälle sind ist der wahnsinn jetzt machen wir mal noch eine schöne fontäne und zwar die funke silber cracker fontäne und weil es so schön war richtig die no limits von pyro max auf die Das war's. So, Freunde, wir machen weiter. Und zwar ist es ein bisschen dunkel geworden jetzt schon, aber wir machen trotzdem weiter. Blue Mobster von, was ist das? Explode. Okay. So, und jetzt geht es weiter. Jetzt machen wir hier Mandacreme Cracker von Vulkan. Man kann die halt immer so schön übereinander legen. Da zündet die halt richtig schön schnell. So, weiter geht's. Und zwar haben wir jetzt hier noch so einen Pyro-Panzer. Weiter geht's mit zweimal Braking Short. Und ich glaube, das ist von Lesslie. So, das Ganze neigt sich jetzt fast im Ende. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Knallkette-Kartan von das 5500. Rauch habe ich jetzt hier noch, aber das ist einfach zu dunkel für Rauch. Deswegen lassen wir ihn jetzt einfach weg. Und jetzt Pyroland BKS 1. Jetzt haben wir hier noch ein Bombenrohr Mama Mia. Und dann noch ein Salud-Rak, zwei Salud-Raketen. Lesslie Mama Mia. Weiter geht's, Freunde. Und zwar habe ich jetzt hier, ihr seht's, mein kleines, feines Lämpchen geholt. Es ist doch ein bisschen dunkel geworden. Und jetzt Funke Scream Rocket 3. Ne, Quatsch. Funke Scream Rocket 2 Restage. Jetzt die ABA-Salud-Rakete. Jetzt kommen wir auch hier schon zum Batteriefeuerwerk, würde ich sagen. Schieß mal einfach mal, weil es so schön ist, die Panda-Crash. Also ich muss sagen, das ist ein richtig feines Teil. Ein richtig feines kleines Teil, die Panda-Crash. Also weiter geht's mit einer Rakete. Und zwar ist das eine Wunsch-Rakete. Seht ihr hier, da ist ein Zettel dabei. Man kann das hier in so einen Schlitz stecken, in der Rakete. Quasi seinen Wunsch draufschreiben. Und dann die Rakete im Prinzip anzünden. Und genau diese Rakete werden wir jetzt zünden. Also jetzt gibt's die Leslie-Wunsch-Rakete. Die Pyroler merkt sich jetzt langsam dem Ende zu, aber ich hab hier nur richtig feine Sachen. Zwei Salud-Batterien, die werden gleichzeitig geschossen, also 200 Schuss in nur 9 Sekunden. Und jetzt eine richtig feine Whistle-Batterie, Heuler-Batterie, die richtig schön nervig ist. Und zwar die Pyroland-Hass. Pyroland-Hass. Also Freunde, das Ding ist ultra heftig, Pyroland-Hass. Mann, ist das eine Batterie. Richtig, richtig laut und kreischend. So, jetzt ist es endlich soweit. Das große Finale. Zweimal die Leslie-Turbo-Tanker 109. Das heißt, und also 200 Schuss in nur 9 Sekunden. Also das wird richtig, richtig heftig. So, jetzt gibt's die zweimal Leslie-Turbo-Tanker. Zündbereit und ab geht's. Alter Schwede, Leute. Damit hab ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich hier eine besonders gute Charge erwischst hab, aber alter Schwede. Das ist ein Salud-Batterie. Brutal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020